Aktienmarkt 2019 plus 17%. Und jetzt in diesem Video rücken wir das Ganze mal etwas in die Perspektive und wie unsere Erwartungshaltung demgegenüber sein sollte. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. Wie immer am Dienstag sprechen wir über fundamentale Neuigkeiten, die uns einen Mehrwert bringen, kein Hintergrundrauschen enthalten und mit denen wir was anfangen können mal investieren. Und heute schauen wir uns mal das bisherige Börsenjahr etwas genauer an. Werfen wir mal einen Blick darauf auf die abgeschlossenen Monate, die bisher stattgefunden haben. Und da sehen wir, wenn wir den Februar eingeschlossen nehmen, dass wir zwischen 17 und hier 11,5% sind. Das ist einmal hier der Mittelstand aus Amerika und das ist hier einmal der S&P 500. Wir sehen aber auch, dass andere Märkte, also es ist jetzt hier vor allem eine Betrachtung im amerikanischen, sehr stark gelaufen sind. Und im Prinzip sind drei Themen, die ich daraus jetzt einmal ableite. Zum einen, wie schnell wird eigentlich 2018 vergessen? Zumindest mein Eindruck. Auf was müssen wir uns emotional vorbereiten? Und zum dritten, was sind realistische Erwartungshaltungen im restlichen Jahr jetzt gegenüber, wenn wir einfach aus der Historie lernen wollen? Beginnen wir direkt mit dem ersten und zwar, wie schnell eigentlich 2018 vergessen wird. Ich habe hier mal den S&P 500 aufgemacht und wir sehen, dass wir natürlich im letzten Jahr seit Oktober eine extrem scharfe Bewegung nach unten hatten und wir jetzt einfach fast auf den Tag genau hier in 2019 natürlich übergegangen sind und das Ganze einfach eine Gegenbewegung jetzt nach oben erstmal dargestellt hat. Das heißt, an sich ist aber das, was 2018 erstmal jetzt im letzten Quartal passiert ist, bei vielen überhaupt nicht mehr präsent. Wir sehen jetzt grüne Zahlen und an alle, die natürlich jetzt netto long aufgestellt sind, also eher Aktien gekauft haben und stark aufwärts positioniert sind, werden auf jeden Fall Spaß haben. Ist ja auch gut soweit. Und ja, werden einfach davon profitiert haben, von dieser Gegenbewegung. So, das heißt, es ist positive Stimmung erstmal an den Märkten da, auch wenn das Volumen oder der Index jetzt erst ein bisschen träger wurde in den letzten Tagen, aber erstmal die Gewinne wieder zurückgelaufen. So, emotional ist also die Frage, worauf müssen wir uns da vorbereiten, was sind realistische Annahmen für das restliche Jahr? Ja, ich weiß, oder wer hier diese Videos gerade dienstags verfolgt, weiß, dass ich jetzt nicht hingehe und sage irgendwie, wir versuchen vorauszusagen, wohin es geht, sondern wir gucken uns vorher jetzt einmal an, was zeigt denn die Historie. Und worauf man sich beziehen kann oder woraus man jetzt mal sagen kann, ich nehme eine historische Rendite, ist einfach, indem wir uns das DAX-Renditedreieck angucken. Das sind die letzten 50 Jahre im DAX. Ich habe leider was Passendes für den S&P nicht gefunden, deswegen nehmen wir jetzt hier den DAX und wir sehen, dass wir gerade im langfristigen Mittel irgendwo zwischen, sagen wir mal, 6 bis 8 Prozent, 7, 9, mal solche Jahre, mal solche Jahre liegen. Und das ist ja einfach die Einordnung, wenn wir uns jetzt nur einen Index betrachten, so einen sehr breit diversifizierten, worauf wir uns einstellen, dass wir ungefähr Bereiche haben, in denen das Ganze liegen könnte. Wenn wir jetzt so eine sehr starke Bewegung schon hatten, ist die Frage, geht das Ganze jetzt überhaupt so weiter, haben wir ein extrem positives Ja, was noch viel Platz nach oben bietet. Und aus der Historie heraus ist es eher, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis nicht auf der Oberseite liegt von dem, was wir sehen, sondern, ich meine, es kann genauso passieren, dass wir jetzt einfach gerade ein bisschen laufen, wir aber uns emotional, da kommen wir zum dritten Thema, darauf einstellen sollten, dass es nicht immer unbedingt so positiv weitergehen wird. Und wenn man sich damit einmal vertraut macht, dann hat man einen extrem großen Vorteil, weil man für sich mental in gewissem Maße sich schon darauf einstellt, dass es nicht immer so weiterlaufen wird. Denn wenn es dann mal kracht und man eigentlich nur dachte, hey, es geht nur in eine Richtung, dann ist das ein ziemlicher Rückschlag und man verfällt schnell darin, auch aus der Emotion heraus schneller zu handeln, was in den meisten Fällen aber nicht dazu führt, dass man jetzt gerade bessere Entscheidungen trifft. Das heißt, wir wissen, dass das Ganze nicht ewig stabil laufen wird, nicht ewig stabil bleiben wird, dass wir einfach schön und konstant nach oben gehen. Und eine Sache, mit der ich da immer wieder konfrontiert werde, ist, dass ich gesagt bekomme, hey, ich werde ja kaufen, wenn es günstig ist. Das Problem ist, es ist ganz schwer einzuordnen, wenn wir gerade emotional sind, die Kurse fallen, einzuordnen, wann ist es denn günstig. Günstig ist nicht, wenn zum Beispiel eine Aktie einfach mal pauschal 20% fällt, weil man immer im Kontext einordnen muss, wo steht sie denn, wie ist jetzt das Chancen-Risiko-Verhältnis. Dieses aus dem Bauch heraus zu kaufen, wenn es günstig ist, ist ganz, ganz schwierig, weil man dadurch nur einen Preis selbst im Kopf hat, der erstmal keinen Bezug zu was anderem hat. Deswegen gehe ich ja im Prinzip auch hin, und das ist ja mein Ansatz, wie ich es mache, Value, also wirklich bestimmen, was sind faire Preise, wie kann ich mich auch auf diese Preise berufen dann, damit ich ganz genau weiß, wann macht es Sinn, also vom fairen Preis dann Abschlag zu nehmen, 20, 30, 40, 50%, wo ich weiß, da sind Preise, mit denen ich mich wohlfühle und ich kann ein exaktes Preisschild dran machen, auf das ich dann einen Anker einfach habe, auf den ich mich beziehe. Das macht es, wenn es dann mal ungemütlicher wird, deutlich einfacher. Und das sind einfach Themen, auf die man sich gedanklich vorbereiten kann, mit einer Vorbereitung auf einer Watchlist und man dann relativ unabhängig von den Schwanken am Markt ist, weil vieles davon auf einmal gar nicht mehr so relevant ist. Das heißt, wir wollen uns ja emotional davon auch distanzieren, deswegen gucken wir uns ja auch das Fundament an, oder das Fundamentale und an der Stelle ist es einfach so, wenn wir sehr starke Bewegung haben, gucken wir uns an, was in der Historie passiert, ist das realistisch, ist das gesund und bereiten uns einfach darauf vor, dass es vielleicht nicht immer so weiterläuft. So, soviel zu diesem Video, schreib mir gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Wenn du einen systematischen Ansatz jetzt suchst, wie du zum einen langfristig Vermögen aufbaust, zum anderen aber schon kurzfristig Cashflow generierst, das zeigen wir nämlich unseren Kunden mit einer klaren Schritt-für-Schritt-Anleitung, also einem roten Faden, dass man ein Framework hat, an dem man sich immer orientieren kann und weiß, wie muss man vorgehen, um zu fairen Preisen zu kommen und auch, wie setze ich eigentlich die Hilfsmittel ein, um Monat für Monat Geld zu generieren. Wenn das für dich interessant ist, kannst du gerne einen Termin vereinbaren für ein kostenloses Coaching-Gespräch. Link findest du hier oben in der Infobox oder dem ersten Link hier unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, ich würde mich freuen, dich im nächsten Video auch wiederzusehen. Wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.